Da bist du hier! Da bist du hier! Bei uns ist es relativ einfach. Es gibt nur zwei Regeln. Die erste habt ihr hier vorne schon adaptiert. Wir singen und stehen. Das klingt tatsächlich schöner. Habt ihr selber schon gemerkt beim ersten Lied. Die zweite Regel ist euch vielleicht auch schon aufgefallen beim ersten Lied, dass das nicht so gut funktioniert. Die zweite Regel heißt, wenn wir singen, wird nicht gelabert. Genau, 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 genau. Wir sind einfach, Baby. Die schöne Liste sagt, der höchste Zeit. Der Kiel ist an der Schenke groß und klein. Ganz kurz, was steht noch an? Am 29.02. Ingo Appelt. Ganz toll. Schlechte Nachricht. Ausverkauft. Dritte, vierte. Bernhard Hoeka. Ich war vorhin bei der Sparkasse. Ungefähr drei Viertel der Karten mehr. Nicht, dass ich es nicht gesagt hätte. Nein, 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 nein